So nennen wir, in dem roten T-Shirt hat nichts anderes zu tun, als zu fehlen, genauso wie gerade ein roten T-Shirt. Keine Hilfe, aber die Polizei ist auf dem Anlass. Ein Kollege ist in der Weihung, in dem Kaffer schon mal das Handy. Ich gebe das BIPO mal jetzt Herrn Pinedies, den Preisbereitschaftsleiter des DRK. Der wird jetzt direkt von ihm zu betreuen, quasi unser innerer Wegfahrt. Das ist der Gaffer immer noch. Das war es. Das war es. Das war's. Das war's. Es ist zuerst ein E-U-G mit einer Zeitraube, einer Zeitraube, einer Zeitraube, einer Zeitraube und einer Zeitraube. Da sind auch ein D-Land mit Rüstfahrzeugen und Rüstfahrzeugen. Diese Fahrzeuge sind für die Zeitraube ausgestattet. Der Einsatzleiter ermöglicht zusammen mit der Fahrtraube.